In Ihrer Einrichtung, in Ihrer Schule, sind Sie an einem Punkt gekommen, an dem Sie der Meinung sind, so geht es nicht weiter. Dort liegt ein Konflikt vor, da gibt es Streit, der unerträglich ist. Und solange der nicht aus dem Weg geräumt, wird es kein richtiges Arbeiten mehr geben. Wenn auch im Moment eine Verletzung vorliegt, wenn auch im Moment nicht die Gegebenheit, nicht dieses Miteinander ist, worauf Sie sich gefreut haben und was Ihre Arbeit unbeschwer sein lässt, was Sie halt die richtige Konzentration auf das Kernthema finden lässt, was Sie komplett ablenkt von dem, was Sie eigentlich so gerne machen, was Sie vielleicht so weit bringt, dass Sie nicht mehr zur Arbeit gehen wollen, Dann geben Sie mir die Chance, dass wir uns gemeinsam an einen Tisch setzen, dass wir darüber reden, was vorgefallen ist. Welche Themen es sind, die blockieren, die ausgesprochen werden müssen, die nerven, die einfach Ihnen im Wege stehen. Wir werden schauen, was es braucht, um die Verletzungen zu bearbeiten, um halt Wege herauszuführen, die Sie gehen wollen, wo Sie Lust drauf haben und vor allen Dingen, wo Sie es schaffen, wieder gemeinsam mit Freude daran zu arbeiten. Ich bin Ralf Haßfurt und ich mediiere, damit Zusammenarbeit Zukunft hat und Arbeit Freude bereitet. Ich bin Ralf Haßfurt und ich bin Ralf Haßfurt und ich bin Ralf Haßfurt,